Programm aus Spessart FC Kasbach in, ich kenne sie ja in Rot-Schwarz, Rot-Weiß nochmal und wir in Gelb-Weiß, normal Gelb-Schwarz, das spielt eine Damenmannschaft. Da sind sie. Oh, schiebt sich hier hin, von Nürnberg. Die Beete auch da, ne? Gelb-Schwarz. Hey, Koschbecher, kennst du ja die Rehnecke, Gäuke. Die sind ja auch Rot-Schwarz, euch haben wir gespielt, nicht die Jungen? Ja, jetzt. Aber gegen euch, euch auch gespielt, gegen die Herren. Auf geht's, Madels! Oh, schuld! Auf geht's! Wie ein bisschen Aura, wir hauen sie nieder. Ja, und Anpfiff, hier an der Jakobshöhe im Sportgelände. Erster Versuch der Kasper, der Koschbecher. Abschlag! Bayreuth, Torhüterin. Zeit, 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 Ciao! Der Einwurf. Spielverein Oberfranken-Bayreuth. Jetzt ist er. Tschüss! Noch einmal? Einmal einen Einwurf. Ein ähnliches Schwert durch das Sportgelände. Darum der Krach. Hinter dem Mann. Hinter der Frau. Denken. Schauen. Aufschauen. Oh, bis 60. Und jetzt raus. Nach vorne. Zeit. Du musst schauen. Das nächste Mal. Freistoß. Bayreuth. Ja, stopp. Die hatten noch nie. Die hatten noch nie freigegeben. Die hatten noch nie freigegeben den Freistoß. Ich habe uns, nein. Schau. 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 Ich bin nicht dran. Ach. Die sind drüber. Ich kann nicht pillarsen. Unfall. Ja, das war der Schema, in der ersten Handzeit noch.